Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schönen, 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 schälen, schälen! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Wo hast du denn? Einmal bevor das. Jetzt losche den Brauch. Die Glut, die Brünn, jetzt fett. Die Brünn, wir kommen in der Brust. Oh, ich, jetzt losche den Brauch. Ich gehe dich ein. Es ist okay. Losche. Ich sage euch. Losche. 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 Losche den Brauch. Scheige die Scheimänderoth. Losche. Losche. Ich wünschte, dass du mich auf die Haile guckst. Haile? Nein, nein. Das ist Jennifer. Aber du hast die Haile guckt. Ja, weil ich sie guckt. Ich weiß nicht, ob sie die Haile guckt. Ich brauche Zeit. Das Feuer. Oh. Aber ich denke, dass sie mit einem Augenblick guckt. Ja. Sie ist clever. So bist du mir. Mach mal das. Ja. So bist du mir. Mein blöd in der Schlaf. Das brauche ich noch nicht. Das ist ja schluz. So bist du mir. Du bist du mir. Ja. Sag, du bist du mir. Du mir. Du mir. Du mir. Das sind zwei Haile guckst. Ja. Du mir. Bist du mir, magist du mir, Detroit, not the might, Trill mir das Schlaf, brach ich noch nie, erwarte, zai mir ein Wein. The other day, zai was too soon. To watch me, because you know, we are going up slowly, slowly, slowly. If you come in too soon, I'll do rogers. Bist du mir, Detroit, not the might, The other day, zai mir, Detroit, not the might, Trill mir das Schlaf, brach ich noch nie, Thill mir das Schlaf, brach ich noch nie, erwarte, zai mir ein Wein. Ah, no single pop. No single pop. No single pop. One side. I do single pop. Yeah. Und dann, wenn ich die Röcke, sei mir ein Feind. Und dann, wie sie sich das? Ja, hier ist es. Ja, ja, ja. Beide, wenn du den Bauch hast. Ja, ja. Ja, das ist gut. Now, from this, you make music and you make romance. Now, you make love to her. Now, all the pitch is exactly the same. Now, you have to use it. Sounds too, it's very good. Mm-hm? Um, see, uh, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mit den Fesseln schwind er das Finstreichraum. Mit den Fesseln. Mit den Fesseln. Man, one day you have to meet a German girl and say all this to her. Yeah, that is what makes sense. It was already. It was German girl. Many times. I didn't know these words. Ah, you see. I told him. Actually, if you won't help her, she will say all this about her lips, about her tongue, about everything you speak. And she told, what about your money? Yeah. How is your money? Now, when you go to her, are you comfortable with this cloak, huh? Daughaust am dunkelunzisch? Yeah. Yes, I am comfortable. Musically, it's okay. Mm. It never will be comfortable. It's just hell. You know, the thing is what, I hate his costume. All the time I'm looking at this costume and I'm getting more and more upset. These things, these facts. They are terror. I thought when you were on the laugh band... Why you don't tell? But he's never here to tell. Why would you just cut the things a bit shorter? I'm going to tell him to be shorter. No, I'm going to talk to Patrick. But he was here only when we did one regime without costumes, you know? And then I cannot talk to the costume world. It's not his... he's not really... No, no, I can't talk to him. I don't make any sense with him. I've told him so much about Gibichok and I hope he understands something. No, he lives in another world, I think. He talks about Penelope to me. Did you see that movie called Hamon, Hamon? No. It's a great film. Yes. Hamon, Hamon means ham. Prosciutto. Prosciutto. You should see it. No, no. Penelope Cruz actress. Actress. Penelope Cruz. Penelope Cruz, yeah. Yeah. It's young. It's beautiful. Yeah, yeah. But she was even younger then. With this Javier Barthe, who's very nice. And they made this film. I mean, the mother is sleeping with his boyfriend and the boyfriend is sleeping with the mother-in-law. Everybody is with everybody there. But it's a good film. I've known all that. Yeah, yeah. It's a little Spanish town. But it's a little bit more, but it's a lot of sense. It's a great film. It's going to the floor, to Kühne. And he's running a lot. Kühne? Where? Yes. He's running in the back. Oh, that's it. It's 178, 1, 2, 3, 4, 5. That's my leg. My leg is very bad. My leg is in your leg. I'm feeling it. I'm feeling it. No. In der Antigenerale war ich schneller, nur um die Orchester zu rehearsieren. Luiz, was habe ich gesagt, zu schnell? Seher, Seher, Ba-pa-pa, Flus, Kühle... Das ist passiert. Oh, ich habe schon gesagt. Nein, nein. Dann ist es fest, aber... Let's testen. 178. Es ist okay. Besides, du bist in front of me. Ja, manchmal, wenn du dich entspannst, du bist in Russland. Ja, aber in der Rehearsal war ich da auch sehr lang. Ich höre das nicht sehr gut. Lachen und Lebe. Lachen und Lebe. Süßes Lust. Sei mein. Schmier. Lachen und Lebe. Süßes Lust. Sei mein. Sei mein. Schmier. Schmier. Lachen und Lebe. Ich höre. Schmier. Ja, ich höre. Schmier. Oh, ich verließe mehr. Schmier. 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 Du bist, ich schmier. Ich schmier. Schmier. Alles зависer. Schmier. 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 Hier in dieser Untergang. Wenn die Gesundheit gut ist, kannst du Kunst machen, wenn nicht, musst du es einfach enden. Ich fühle mich so. Ich liebe es, wenn ich nicht Kunst machen kann. Aber ich habe gesehen, dass die Leute nicht enden. Ich habe gesehen. Sie sprechen einfach. Die Oktava ist unten. Und das Fürsten. Das letzte Mal. Ach, das ist nie gelernt. You must bring out those words. Das ist vor 191. Before the words come. Das fürchten, dass du mich kaum gelernt hast. Nein, das andere. Das war falsch. Das ich nie gelernt, dass du mich kaum gelernt hast. Erst gelernt, dann gelernt. Das fürchten, dass du mich kaum gelernt hast. Nein, nein, nein. Before. Das fürchten, dass du mich kaum gelernt hast. Ja. Ja. Gut. três es so ein paarare mauvaises. So. Es war nicht recht. Wenn man das fürchten, dass du mich kaum gelernt hast. Du militär woanders? Ja, du musst daran weiter gehören. Also, du machst das erste wanna auch? Ja, wir machen das. Der Fisch war ein Fischfrau. Auf dem Wald? Ja, er war ein bisschen verletzt.